meine freunde und kollegen wir spielen wieder cloud pirates heute mal rang 2 also die nächste tierstufe und mitsch ist auch dabei ich habe mir noch nicht das schiff ausgebaut aber wir spielen rang 2 des tanks und mitsch hat sich den rang 2 form auszubilden mit den torpedos ja es ist ehrlich richtig entspannt mit ihm zu zocken man markiert sein ziel mit x dann muss man nur ein freies schussfeld haben und schießt seine torpedos ab seine normalen schüsse und macht auch echt viel schaden das ding ist cool ja ja nur ein freies ziel er eben als tank dass die truhe holen wo ich nicht springen kann das ist natürlich toll die wellenverschiebung von rang 2 ist aber eindeutig höher als von rang 1 der tank ist dran was haben wir grünen scheiße ich muss zu grünen das ist sehr bin ich da weg zum jove ich muss mal eben schauen ja wir sind du bist kurz vor mir ja was natürlich immer ist ist die änderung also wenn man ein neues schiff hat muss ich jetzt mal daran gewöhnen ja die ballern ja auch wieder in einer anderen geschehen ich bin in einer beschissen lager hinter den gegnern aber egal solange sie mich nicht sehen ich will mich sehen so zingereen in hurrican ich verliere gleich die bombe ja ich bin noch dran ich bin ah nein Mist ja Mist bin tot so was habe ich überhaupt für Fähigkeiten 35% Leben regenerieren aber wenn ich Schaden kriege dann läuft das nicht und äh komm schon oder oder ah jetzt holt sich der gegner mal sie heilen sich hoch guter support hier nein ah Mist auf ein neues noch ist das hier nicht vorbei ne aber schön wenigstens ist der tank hier auch ein bisschen schneller also ein bisschen habe ich das gerade richtig gesehen du warst kurz vorm Ziel dann hat sich der andere das geklaut und nur abgeliefert ja genau verdammt ich habe ihm das sozusagen zugeliefert hast du gerade einen Schatz eingenommen? nein ich bin rechts von der Krone und gehe jetzt auf diesen Schmelzofen oder erstmal auf die Bastion ich will es mal versuchen den Kollegen hier zu unterstützen wenn ich nicht gerade eine Eingemann fliege ich lenke auch ganz viel Feuer auf mich ach du scheiße du hast meinen vollen Schwarm abgekriegt ja ich merke das auch schon Entschuldigung ich hatte sie abgefeuert und dann ziehst du plötzlich vor meine Kalona nein 65 Läden oh nein jetzt ist mein Antrieb beschädigt war der nicht geliehen ja ich werde so krass geheilt gerade war der nicht gerade ein Support-Item zum Eingemann aber die leben hier alle noch das ist echt ich habe so ein Schwein gehabt mich hat der Heiler gerettet mhm Mist dann gehe ich mal Richtung Truhe na komm mach den Hörerchen wir schauen ob ich meine einsammeln kann ja ich bin auf dem Weg Truhe du bist vor mir direkt ah komm ja komm mit meine Arme yo hab ich der Thrasher is ours welche warte mal wo muss ich den nochmal abliefern welcher hast du den goldenen zur Krone ja da musst du nach oben leider zur Krone zur goldenen Krone hm fliege ich oben oder unten ich glaube ich gehe mal ganz hoch ja das wäre glaube ich gar nicht verkehrt oh höher geht's nicht Achtung Tank kommt auf dich zu ich spring mit rein und oder so ich bin hinter dir nice Jure das sieht gut aus wenigstens mal eine Kiste die wir abliefern können ja oh oh man nimmt aber auch alle Karten mit ne ich wundere mich warum die gegnerische Bastion weniger leben hat als ich ich bin überhaupt nicht ausgebaut 1 2 1 aah boah das war knapp ich bin noch fast rausgeflogen sehr sehr schön Scheiße so jetzt müssen wir einmal gucken wir brauchen mehr Schätze ja nein aah alter Schwede die die ganzen Schätze her die haben grün wir müssen zu grün ja ja zweimal grün die haben beide ja wir haben aber auch zwei rfk Leute echt oh scheiße ja jetzt sind sie wieder da aber die waren eine ganze weile lange afk mhm die wendy hat die seh ich das richtig da sind Clans und Gegnerthemen ja zwei spieler auf jeden fall 2beat und tribal raptor und maverick auch sc tt ja müssen wir uns auch nochmal irgendwie unser klar kostet 250 kostet 250 kostet 250 und ist nur am klaren tag so der schatz gehört uns ich hab gold bin auf dem weg sind hier viele ja gut ja gut wenn man gegen den clan und kämpft das geht immer gar nicht mit afk leuten im team ja wir haben eine schatzkarte gekriegt juhu und ich hab mich gewundert warum die alle überleben und wir nicht mal wirklich mal welche down kriegen weißt du das ist äh dann natürlich leicht zu klar eine ordentliche was hast du gesagt ja hab ich auch gekriegt sehr gut acht stunden dann kann ich die öffnen und den weg gehen ja oder mit 158 kristalle aus ne ja nur 6000 schaden ja guck mal hier der warfk mit 2000 schaden mit 4400 vermutlich auch der zweite reparieren wir mal habe ich genug erfahrungen dann kaufe ich mir eben mal eine kleine erweiterung das ist ich habe leider noch nicht genug ich glaube ich muss mein schiff erstmal verbessern wir brauchen ein besseres schild ja ja dann sollten wir ein wenig länger überleben und ja ich habe sonst keine erfahrung mehr also ich habe zwar noch 1600 freie erfahrungen aber ich würde lieber die mit dem schiff sammeln und dann für das schiff investieren ja das stimmt ich habe auch noch 200 freie und 746 bei der question ich brauche aber 2700 für den ersten ausbau achso ja wer die letzte folge vorher vor dem ende geskippt habt und sich vielleicht jetzt wundert warum es kein regelmäßiges cloudpiles display gibt das nicht daran dass wir gesagt haben wir wollen nur dann aufnehmen wenn wir Lust haben wir schließen es natürlich nicht komplett aus dass das mal irgendwann ein regelmäßiges wird aber im moment haben wir lust projekte so aufzunehmen wenn wir mal ja wenn wir darauf bock haben ja und ist natürlich auch ich sag mal auch wieder so das spiel ist es hier halt auch immer noch in der early phase und also nicht nur vom spiel selber sondern auch von unserem erfahrungsstatus und so viel wissen wir nicht von dem spiel und deswegen erstmal gucken ob es einem gefällt ob es eine langzeitmotivation hat ob es ausgeglichen ist ja und ob ich finde jetzt auch ob es auch spannend ist auf dauer jetzt das spiel zu verfolgen auch selbst als zuschauer für euch ja das müssen wir schauen ich bin auf dem weg zu b ich bin auf c ist wieder gut abgesprochen ja ich habe in b geblickt und da fliegt auch reiner mit rein also wir sind hier zu zweit ja und ich habe mir gedacht b werden wir auf jeden fall ein leben weil das schön weit weg ist vom gegner ja ich kann nämlich lieber als tank lieber mitten rein als statt dass ich die strecke noch mal laufen muss ja er wieder hier als laufen fliegen jetzt geht es noch an nehmen wir den noch mit den support ja na komm wir haben den hurricane mit wow geh aus dem weg freud geh aus dem weg da wird wohl einiges los sein oberle ja ein zerstörten nice schöner schuss schöner schlägen die tropäder schlagen ein ich bin einfach mal auf dem weg zu a das ist noch ein veteran ich hoffe mal dass er nicht besser ausgerüstet ist als ich aber ich gebe auch noch mal sicher und du es erstmal ab hier ich komme zu dir mit ich komme zu dir was hat er gegen den felsen geflogen heilungseitem einsammeln oh c wird wieder ein oh Mist was ach leute wir mussten nicht gleich alle rüber so ich schieße hier auf den schmelzofen oder ne ich schieße lieber auf den betracht ich auch mal raketen abgefeuert und sammelt sie Jove wieder ein wenn der andere Gegner diesmal warst du das nicht sondern ja das ist das ist natürlich der nachteil wenn man drehen abdösen das ist die hoffnung ist wieder ein heiler ja in diesem spiel muss man ein ausgewogenes gefühl von wann greift man an und wann ist man ab bekommen ja weil das weil die sportzeit ja auch relativ lang ist man muss wieder ins Pump hinkommen und verlieren ah nee das wäre nix komm weg hier Temperature ist an noch nix was mir sehr gut gefällt ist am Veteranen dass er sich eine eigene Hülle geben kann war nur für oder 10 Sekunden oder 8 5 Sekunden aber Alter Schwede wenn ihr euch mal eure Fähigkeiten anschauen wollt müsst ihr einfach Steuerung drücken und dann könnt ihr mit der Maus drauf gehen weg los abdüsen den Antrieb ist in einem also also a sag ich mal kriegen wir hier so nicht aber so nochmal A kriegen wir so nicht ich verteile einfach ein bisschen Schaden an A fiel ich den auch genau aus dem Weg sonst sind wir beschäftigt werden wir ganz gemütlich Punkte sammeln oh C vernehmen wir wieder ist denn C da ich glaube ich gehe mal zu C rüber die sitzen immer noch mit 6 oder 7 Schiffen bei bei also gefühlt bei A also ich sehe jetzt auf der Karte nur 5 aber vor mir sehe ich 6 auf dem Weg kam mir schon einer gegen das ist doof da unten ist noch ja drehen und einsammeln ah Mist Drecksack ey da hat er mir vor der Nase mein Item eingeladen sagt ey kann ich das noch kriegen? ah ne die Hoffnung ist echt nicht vor da hat er seinen Teleporter eingesetzt um mir das von der Nase direkt weg zu schnappen Mist Kerl die Hoffnung ist echt nicht vor die Hoffnung? ja läuft ist das ein Level 3 Schiff schon? das ist ein Tag oder was? ich auch nochmal Richtung ja alle Schilde sind zerstört ich weiß nein wo geht es jetzt hin für uns? wir haben noch freie Wahl ich bin auf WC ich bin auf WC dann treffen wir uns vielleicht mal doch da ist er ja ein Freund ein Feind mal Turpedos abfeuern und das geht oh oh auf den Weg zu C und da bin ich jetzt wird geballert ich muss mal abdüsen sonst bin ich blech tot sorry ich komme gleich wieder Jure ja ja alles gut ich habe jetzt er kommt hinterher er kommt hinterher großer hinter dir Mist Kerl so kann ich nicht ballern ich habe keine Möglichkeit meine Fähigkeiten einzusetzen weil meine Abklingzeiten auch liefen oh da muss ich unbedingt dran guckt ob man die Fähigkeiten dadurch auch der Schwede macht ja einen Schaden der Hellkling ja ja das ist natürlich jetzt das Problem weil wir unsere Schiffe entweder gar nicht oder nur ein bisschen ausgebaut haben wir dann gegen Spieler spielen die mehr viel mehr mann ausbauen ja der Hurricane macht mich auch noch kalt also der war ja sowieso schon ja der hat mich auch noch gekriegt also der hat 2000 Leben und ich bin hab ewig gebraucht um Dissert Shit durchzukommen das war ja der Hammer mich so runtergekloppt der Typ aber wir haben uns beide platt geworden ja dafür wurde er jetzt noch gekillt Ramp's Strike ist auch beim Gegner Team der Beste also hat vier getötet das geile ist er ist ja jetzt gestorben verstanden und ich ja auch und du auch verstanden wir dir auch half bei der Zerstörung ja ok wir haben keine Weile drauf gebaut was ich halt nein ich bin daneben geschwommen weißt was ich halt sehr cool finde hier ist halt auch die schwammige Steuer das war scheiße gerade Witsch Mist gebaut und aber so richtig Mist gebaut oh komm schon weg hier die schwammige Steuerung ja finde ich cool mhm oh Junge ich steh mich in den Weg ich steh mich in den Weg danke dir da unten ist ein Heiler ja ich hab äh ja ich hab äh das Heil-Item versucht mit nem Teleport einzunehmen bin natürlich volle Karte oh wei oh jetzt muss ich als nächstes oh hab's hab's ich steh im Weg oh Junge ja das ist heftig was die an Scharm aussehen aber hier jetzt wieder ne ist auch wieder die Bastion also die Bastion gegen Bastion er hat 3800 Leben ich hab 4300 wieso hab ich mehr Leben als er ich hab mein Schiff noch gar nicht ausgebaut das ist das was mich dann in sich schick ihm mal ein paar Torpedos in den Arsch von hinten ist immer gut da können die Leute schießen ich steh weiterhin an seiner Seite und verhindere ihn da dran dass er nach rechts abliegen kann dann stehen ja sehr schön yes ein eine Niederlage ein Sieg eine Niederlage ein Sieg so gehört sich das ist doch gut ja sehr schön juhu Erfahrung und ich hab 8700 Damage gemacht 8600 juhu so gehört sich das Schilde werde ich noch irgendwas kaufen ich schau noch mal eben in die ich reparier das mal und war nämlich Schilde oder nehme ich erst Leben oder nehme ich erst Steuern so das hab ich ja schon voll ich glaub ich brauch mehr Schildkapazität ja ich mag ja auch die Torpedos einführen und Reaktorschub eigentlich auch weißt du was mir gerade einfällt ich hab meine Crew gar nicht dabei gehabt man kann sich nämlich quasi ja Helferlinge dazu holen die sammeln Erfahrungen in diesem Fall erhöhen sie die Schnelligkeiten der Schnelligkeit der Breitseinkönöne und können auch weitere Fähigkeiten falsch halten Mist ja ja ich möchte hier einführen so ich sauer rein die Veteranen werde ich auf jeden Fall jetzt in erster Zeit bisschen weiter spielen ausbauen und dann mal wieder zocken geht klar dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Leute haut rein ciao 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 ciao